Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit Zombie Girl. Bei Little Big Planet 3. Ja, die schöne Welt. Guck mal wie schön die Sonnenblumen. Ich liebe Sonnenblumen. Du bist nicht schön, wenn du dunkelgrün bist. Du bist fett. Du hast mich beleidigt. Und ich bin stärker. Guck mal. Wir holen direkt hier Freunde. Guck, wir gucken hier gerade bei der Lupe. Ist da ein Freund, ist da ein Freund? Jetzt warten wir ein bisschen hier. Dann machen wir das durch. Komm, lass uns alles so machen, wenn du nicht cool bist, nur ich. Tut mir leid, wenn jemand da singt. Auf jeden Fall sehen wir uns bis gleich mit einem Freund ausgetaucht. So sieht das jetzt aus. Das haben wir zusammen gemacht. Zombie Girl on Ace. Und ich habe das März gemacht. Man kann uns nicht besiegen, weil ich dick bin. Guck mal wie das aussieht. Wolltest du wirklich mal sehen. Guck mal, da ist ein Katzenspiel. Wollen wir spielen? Das ist doch eine schöne Katze. Spielen wir. Okay, wir sehen uns bis gleich, wenn es angeht. Okay, es geht los. Ähm, wir sind hier bei Mond und Sterne. Guck mal, hier sind Berge, Leute. Ein Haus. Wir müssen Katze sein. Ich sage euch einen Tipp. Ich mag keine Hunde, ne? Falls ihr irgendwas mit Hunden macht, ich mag Katzen. Ich auch. Guck mal, Professor ist Katzen. Die so schlau ist. Die schlauste Katze. Ich mag keine schwarze Katze, die kleine weiße Katze. Ah, die sieht süß aus. Die ist nicht schwarz, die ist grau. Bei Ihnen kaum. Guck mal, so viele Tage lebt in der Katze. Das bist du. Das bist du. Ich bin kein Mädchen. Du bist ein Mädchen. So siehst du aus. Aber das ist auch die Katze ein Mädchen. Die Katze muss nicht drüber sein. Nein, die hat eine Herzblase. Ich weiß alles über Katzen. Guck mal, wie schlau kann eine Katze sein? Eine Katze kann nicht lesen. Aber auch Maus machen. Oh mein Gott, diese Oma hat Haare. Wegen dass du bist. Tch. Guck mal, jetzt kommt die Oma. Also du kommst. Oh nein. Ich muss weglaufen. Oh, was ist du? Was ist du? Foto machen. Man muss die Foto machen. Was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Ich gucke dich an. Und da bist du jetzt. Oh nein. Ich bin keine Oma. Ich bin keine Oma. Guck mal, das müssen wir ein Foto machen, wie ich schlafe. Wie ich schlafe. Das ist eine lange Werbung. Oh nein. Nein. Nein, nicht wieder du. Wasser. Oh du Geschrecken. Hey. Hey, was machst du mit mir? Nein, niemand will. Ich will sie. Ich will aussehen. Ich will aussehen. Weil alle sind die Katzen. Ja. Die Böse Oma. Ich will die Katze Geschrecken. Ich bin etwas darum. Das ist ein guter Halloween Film, wegen bald kommt ja Halloween. Ja. Und bald spielen wir wieder mal, Griff. Stopp. Sie will zu Geschrecken. Die Katze darum geht dann. Sie machen einen Plan. Das macht sie so eigentlich. Aber wir machen das. Das darfst du nicht zu mir sagen. Du bist aber toll. Schreib auf jeden Fall nette Kommentare. Wir wollen nicht, dass ihr so böse seid. Schreib bitte nicht, ich bin die Oma. Schreib nicht in die Oma. Nein. Oh nein. Ich bin noch ein Baby. Ich kann kein Oma. Du bist kein Baby. 10.000, oder? Foto machen, das bin ich. Ich bin cool. Nein, ich bin das. Du machst gerade mich. Warum kann die... Foto machen. Beide sind das einfach okay. Nee, wir können nicht beide. Ja, die Kleiderei. Was ist das schlimmste? Ja. Ich glaube, das ist nur ein Werbungfilm. Kann das sein? Nee. Warum trinkt die da? Ich dachte, das ist ein Gift. Oh mein Gott. Ich kann so machen. Die trinkt es überhaupt nichts. Du musst mit Händen das halten. Wirklich? Ja, sie macht so. Das Saft hat geflogen. Ja. Das sieht gut. Nee, kannst du doch einfach. Sieht jetzt eine Maus oder was? Irgendwas. Eine Hexe. Eine Hexe. Eine Hexe. Das sieht auch wie bei Ariel, diese böse Hexe. Ja, diese schwarze. Oh. Sieht doch schön aus. Ja, dann kann das nicht sein. Die Katze. Nein. Die Katze guckt einfach wie warmt. Die Katze guckt einfach. Die Katze guckt einfach. Eine Weiselfrau. Oh. Sie hat es geschafft. Und die Katze. Wie lang ist dieser Film denn? auf jeden fall kurze pause so heißt das spiel falls ihr es auch spielen wollt ok spielen wir weiter Das war es, glaube ich. Warte. Wenn es uns gefallen hat, dieses Film, Daumen hoch, und die es nicht gefallen haben, geben einfach Daumen runter. Unterschreiben. Happy. Das war Halloween. Okay. Ich will auch ein Kick Danger Video machen, wo es kämpft, aber nee. Zombie Girl trinkt gerade. Ändert Saft, ne? Sie liebt das. Das für einen guten Trinken machen. Okay, pack das weg. Dann wollen wir nicht sehen, wie du trinkst. Tut mir leid, wenn ich eben gesagt habe, wir kennen einen Kämpf-Videon, ne? Nur nehmen wir das machen, den nächsten von uns Barst. Und wusstest du schon, dass bald der Minecraft-Spiel, zum Beispiel ich, auf dauernder Profi, dann machen wir lieber das... Ah! Mmh! Sorry. Wie schmeckt das? Das darf dir nicht schmecken. Das schmeckt sehr. Oh, das in dem... Wir machen wieder die der Welt. Und... Wie kann ich es Ihnen sein? Die sind mit Farot zu machen. Da sind wir wieder. Ja, Zombie Girl holt kurz eine neue Flasche Änderwasser. Nein, ich hab sie geholt. Ich hab meine Kärme geholt. Kennt ihr noch geinnern vom letzten Video? Ah, wow. Letzten Video. Kennt ihr euch noch richtig geinnern an diesen Menz hier? Ja, doch nicht letzten Video. Nein, ja, letzten Video. Pack das weg. Ich war eben die Katze, wenn du da eben... Bei denen ist auf jeden Fall bis gleich. Mhm. Jetzt hat mit Zombie Girl geredet. Guck mal. Das ist mein Menz hier. Mein Minecraft-Menz. Ich mach bald davon Enderman. Was willst du mit Moments anstellen? Der ist doch so nett zu nehmen. Er ist nett. Ich hab Lichter, ich hab ein Motorrad, ich hab das. Du weißt, was ich hab? Oh, da kann man sich hinsetzen. Wer soll sich hinsetzen? Nee. Ja, dann ist das. Okay, nein. Für mich ist nichts. Ich hab ein bisschen. Bumm. 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 Ah. Ich fahre nicht auf den Kopf zu schreiten. Ah. Flieg mal. Flieg mal. Tschüss. Mama, kannst du Jetzt Pollenkauern? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Muss ich mal aufhören zu fliegen? Für dich ist das nicht gut. Erst für dich. Das ist gut. Du musst mal wirklich aufhören. Oh, was ist mit Steve passiert? Nein! Du Hammer! Kerl! Er kann fliegen! Wie ist das Steve? Oh! Der hat meinen Kopf verrissen. Der hat meinen Kopf... Der hat meinen Kopf abgerissen. Der hat richtig viel vernichtet. Guck mal, mein Steve hat ohne Kopf. Kann ich mich auch Steve anziehen? Nee! Der ist tieflich jung. Bitte, ihr müsst auf jeden Fall bis gleich. Da sind wieder seine Beine gebrochen und der andere. Guck mal, was mit dem passiert ist. Oh, guck mal, was mit mir passiert ist! Kapu! Kapu! Guck mal deine Beine an! Und stark! Das war's damit. Aber die ist eigentlich nicht so klein! Die ist schon klein! Nein! Für dich! Für dich! Man sollte sie angucken! Guck mal! Ah! Guck mal mich an! Was ich jetzt mache! Sah und wie vor ich wäre! Oder dieser... Ob das... Warte! Mach Spaß! In ein Sitten gemacht zu werden! Warte! Uuh! Buh! Buh! Tsch! Schöntest du bitte diese... Weltarmkugel? Warte. Warte. Das war's mit dem Vorfall. Von meinem Freund ist genau der Kopf weg. Was passiert gerade? Bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn das Video euch gefallen hat. Dann lasst ein Like da. Drückt die Glocke. Das nächste was am Fan Video kommt ist ein Minecraft Video. Daumen hoch. Nette Kommentare bitte. Nett. Wir wollen keine Bösen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Ciao.